Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Das hat sicher jeder schon mal erlebt, ein Missverständnis, das mit Sprache zu tun hat. Peinlich, wenn es passiert, aber hinterher oft ein Grund zum Lachen. Heute Vormittag habe ich Deutschlerner an einer Sprachenschule befragt, und sie gebeten mir, ihre Geschichte zu erzählen. Hi! Mein Name ist Jennifer, und ich komme aus Portland, Oregon. Folgendes habe ich erlebt. Hi! Mein Name ist Jennifer, und ich komme aus Portland, Oregon. Folgendes habe ich erlebt. Als ich nach Deutschland gezogen bin, hat mich mein Chef zum Essen eingeladen. Als ich nach Deutschland gezogen bin, hat mich mein Chef zum Essen eingeladen. Aber am Nachmittag der Einladung hat mich meine Mutter angerufen, und mir erzählt, dass mein Onkel gestorben ist. Aber am Nachmittag der Einladung hat mich meine Mutter angerufen, und mir erzählt, dass mein Onkel gestorben ist. Ich war sehr, sehr traurig. Darum bin ich zu meinem Chef gegangen, und die Einladung abgesagt. Ich war sehr, sehr traurig. Darum bin ich zu meinem Chef gegangen, und die Einladung abgesagt. Mein Chef hat sich gewundert und gefragt, aber warum denn? Deshalb habe ich es ihm erklärt. Ich habe heute einfach keine Lust zum Feiern, denn ich bin so blau. Mein Chef hat sich gewundert und gefragt. Aber warum denn? Deshalb habe ich es ihm erklärt. Ich habe heute einfach keine Lust zum Feiern, denn ich bin so blau. Mein Chef war ganz entsetzt und hat gesagt. Können Sie das wiederholen? Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Mein Chef war ganz entsetzt und hat gesagt. Können Sie das wiederholen? Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Deswegen habe ich nochmal gesagt. Bitte, entschuldigen Sie. Aber ich kann nicht kommen, weil ich so blau bin. Wie bitte, jetzt schon? Sie trinken mitten am Nachmittag und bei der Arbeit Alkohol? Wie bitte, jetzt schon? Sie trinken mitten am Nachmittag und bei der Arbeit Alkohol? Da habe ich gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. In meiner Sprache bedeutet blau sein, nämlich traurig sein und nicht betrunken sein. Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis. Deshalb habe ich ganz schnell korrigiert. Entschuldigung, ich meine nicht, dass ich getrunken habe. Ich bin traurig, weil mein Onkel gestorben ist. Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis. Deshalb habe ich ganz schnell korrigiert. Entschuldigung, ich meine nicht, dass ich getrunken habe. Ich bin traurig, weil mein Onkel gestorben ist. Dann hat mich mein Chef verstanden. Das war so peinlich. Aber später haben wir noch oft über dieses Missverständnis gelacht. Guten Tag, mein Name ist Laila. Ich erzähle heute von meinem Missverständnis. Also passt auf. Guten Tag, mein Name ist Laila. Ich erzähle heute von meinem Missverständnis. Also passt auf. Ich war einmal in München zu Besuch. Ich war ganz allein und wusste nicht, was ich in der Stadt ansehen sollte. Deshalb bin ich in ein Café gegangen, und habe ein Mädchen, das neben mir am Tisch saß, gefragt. Deshalb bin ich in ein Café gegangen, und habe ein Mädchen, das neben mir am Tisch saß, gefragt. Entschuldige. Entschuldige. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ganz alleine in der Stadt. Hast du vielleicht einen Typ für mich? Entschuldige. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ganz alleine in der Stadt. Hast du vielleicht einen Typ für mich? Das Mädchen hat mich angesehen und angefangen zu kichern. Sie hat auf den Kellner gedeutet und gesagt, der vielleicht? Das Mädchen hat mich angesehen und angefangen zu kichern. Sie hat auf den Kellner gedeutet und gesagt, der vielleicht? Ich habe gedacht, ich soll den Kellner fragen. Deswegen habe ich den Kellner gerufen und wiederholt. Ich möchte gern etwas unternehmen. Haben Sie einen Typ für mich? Ich habe gedacht, ich soll den Kellner fragen. Deswegen habe ich den Kellner gerufen und wiederholt. Ich möchte gern etwas unternehmen. Haben Sie einen Typ für mich? Augenblicklich ist der Keller ganz rot geworden. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Darum habe ich gesagt, ein schöner Platz oder ein Museum oder sowas. Da haben die beiden mich verstanden. Augenblicklich ist der Keller ganz rot geworden. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Darum habe ich gesagt, ein schöner Platz oder ein Museum oder sowas. Da haben die beiden mich verstanden. Ah, hat der Kellner gelacht. Du willst einen Tipp. Keinen Typ. Ah, hat der Kellner gelacht. Du willst einen Tipp. Keinen Typ. Als ich meinen Fehler verstanden habe, bin ich total rot geworden. Der Kellner hat mir vorgeschlagen, das Valentin Museum am Isator zu besuchen. Das war ein guter Tipp. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.